Guck mal, Marti. Lass mal heute. Sonntag. Was für Sonntag? Ostersonntag. Ostersonntag und der Amerikaner mit seiner Beigermütze. Wo ist das Schwarz überhaupt? Gewaschen. Hat er von seiner Schwester gekriegt. So, was ist heute dein Ziel hier? Was ist heute deine Aufgabe? Immer noch das Regal. Hallo, ich habe auch noch andere Sachen. Der Regal hat heute eine schlechte Leute. Gar nicht. Der Mäut noch rum. Ich bringe ein neues Projekt rein. Noch ein Böden. 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 Noch ein Böden. Das Projekt ist, was ich vor wieviel Jahren war. Das steht da oben. 2014. 14. 14. 14 heißt das. Sieben Jahre. So, die Bank muss mal wieder neu bestückt werden hier. Das waren so meine Anfänge. So ist es okay gewesen. Ich war da mit dabei. Da geht das doch. Die war mit dabei. Der Name muss ja nicht gerade überlegen können. Die wissen auch nicht alle, dass du so heißt. Ne. Brauchst du uns jetzt auch nicht wieder davon anfangen. Du hast gesagt, ich soll die nicht. Edelstahlschauken. Naja, damit es nicht rostet. Neues Projekt fangt hier wieder in Top in Schuss bringen. Da sind wir aber Bretter. Ich weiß nicht, die müssen wir mal gucken. Ja, mal nix. Gut. Papa Lärchenbretter wollen von Florian. Hat der sowas bestickt? Ähm. Na dann strengern die nicht, dann weg die so. Was machen wir jetzt? Holzbarm. Pause. Oh, hab ich ja schon fertig. Ne, ist doch nicht fertig. Was das schön. Ein ganz schönes Eier. Oh, weiter bist du noch nicht. Was soll denn das? Wie viel ist denn das, Martin? Drei Latten. Na, das ist schon höchstleistung, mein Freund. Heute Sonntag. Wie ist keine Uhr? Ich weiß auch nicht. Ich denke mal. Wir brauchen Uhr. Na, auf jeden Fall zweistellig. Ja, das heißt. Hülse. Wir machen heute nichts weiter mit Maschinen. Was? Na, wir tun heute nicht mit Maschinen arbeiten. Doch. Ich muss heute noch mit Maschinen arbeiten. Was denn? Na, ich glaube, die Latten reichen schon wieder nicht, die ich gemacht hab. Klar, es reicht. Aber ich mach jetzt erst mal einen Radlauf. Einen Boden brauch ich noch. Ein schönes Radlerchen jetzt hier, ein kleines. Heute ist Sonntag. Ach, heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Was ist heute? Heute ist die Königsdisziplin dran. Du bist ja dunkel. Ach so. Heute ist die Königsdisziplin. Heute ist Roulade dran. Ja, heute gibt's Roulade zum Mittag. Punkt eins muss ich zu Hause sein, ansonsten gibt's nichts. Dann sind sie weg. 1300. Ne, ich fahr nicht bei der Armee. Pssst. Ne, mach ich wirklich nicht, brauchte nicht. Was machst du denn jetzt? Was? Na, ich mach jetzt weiter schrauben. Übrigens, wenn man hier Strom anschaltet früh, pumpt der Kompressor Luft. Naja, ich weiß auch warum. Da liegt's an dem Ding hier oben. Ne, ne, ne. Das ist doch kaputt. Hier, das ist es. Ich hab doch den eingesteckt. Ah, schon wieder. Naja, ich hab doch den von hier. Ja, von hier. Ja. Naja, kannst du nicht weiterempfehlen. Ja, kannst du nicht weiterempfehlen, das Ding? Parkside. Dreck. Ich hab leider die Verpackung weggeschmissen. Gut, machen wir erstmal Pause. Diverse Projekte. Mal gucken, was heute noch so geht. Oh, jetzt laut. Du hast jetzt gefilmt. Heute ist Sonntag. Und das ist der Tag vor? Montag. Richtig. Wollen wir mal zeigen, was wir uns überlegt haben für unsere Bank? Ja, komm. Und wir gehen mal raus. Aber ich muss, glaube ich, die Kamera drehen wieder. Also jetzt mal ganz ehrlich, das musste mir jemand mal erklären. Man kann doch, wenn man filmt, die Kamera drehen. Das muss doch gehen. Ja, mach doch. Drücke doch mal auf den Bildschirm. Was ist denn drücken? Ja, einfach so. Und jetzt musst du irgendwo das Wechsel zeigen. Nee, was ist denn das hier für ein Ding? Da machst du ein Foto. Ach so. Du, ich hab ja... Ich gucke was du machen. So. Hier mach ich so aus. Keine Ahnung, geht nicht. Ein bisschen zu doof, oder? Du, ja. Was soll denn das? Ich drehe jetzt mal die Kamera rum. Kurze Pause. Da sitzt du da schon. Lange noch, war? Aber nur ein bisschen. Kannst du auch da auf. 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 Ach, hier, guck mal. Ich hab dir mal da drauf gemacht. Kleines Schnelles. Alkoholfreies. Stößchen. Was ist das? Frust Ostern. Boah, es ist kalt. Ja, schönes Wetter. Schöner blauer Himmel. Scheiße, da muss ich... Oh, guck mal, da ist eine kleine Wolke. Kann ich nicht schocken gehen. Es wird anfangen zu regnen. So, ja, das ist jetzt unser Material, was wir nehmen wollen. Das ist hier für... Terrasse ist das? Mhm. Wie ist das? Heißt doch so komisch so. Ja, so ein Plaste ist das. Plaste wird's. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, wenn euch jemand dabei ist hier und ihr wisst, was das ist. Warum? Nur einfach nur so, damit man so ist. Okay. Ganz schön kalt hier, aber ich muss mich wieder rüberholen. Nö. Für die anderthalb Minuten noch hier. Was? Meine Güte, dann zieh dir doch eine Jacke an, du Muschi. Ich hab schon die Jacke an. Ich hab gestern wieder die erste Staffel geguckt. Was für die erste Staffel? Nadila. Kobakei? Na klar. Warum machst du denn sowas? Na ich find das geil. Du willst doch noch gar nicht, weil's weitergehen. Hast du dein T-Shirt einmal wieder? Nee, das hatte ich ja früh an. Okay. Gut, machen wir erstmal Pause. Geht das wieder? Geht das wieder nicht, das dumme Terrier? Du kannst wieder einschalten. Martins hört die schwedische Putze. Was ist denn so die schwedische? Ich meine, sagt man doch so. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, das sieht man. Wird schon gehen. Wird schon gehen. Wo hast du denn Getränk? Alle. Echt? Na ja. Kalt. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Rinderroulade? Wenn er langsamer wird und dann langsamer blinkt. Dann... Wo sind die Salzstangen überhaupt da? Was willst du denn damit? Du isst doch gleich Roulade. Rinderroulade. Wenn sie's hingekriegt hat. Die Königs... Ja. Königsdisziplin. Oh, da ist auf die Nase so kalt. Was ist denn mit dir los? Oh. Holt ihr sie erstmal einen Schnauftun. Ich muss schon einfach ein paar Salzstangen. Mal hier. Soodele, soodele. Du musst doch immer die Packung aufmachen. Ja. Dann kann man nie aufhören damit. Wozu sind sie denn da? So, Marti? Ja. Tino? Ähm... Was hast du heute gemacht? Die... Regalböen für mein Badregal. Hab ich gemacht. Also ich bezweifle, dass man das sieht. Der Winkel wird nicht so... Der kann jetzt ein Verrücken. Nee, du sollst ja. Dann geht's wie auseinander. Das ist gut. Der hat doch schon jetzt fertig geworden. Das ist ja krassig. Das hat er fein gemacht. Nein. Hat er auch geschliffen? Ja. Okay. Das muss noch lackiert werden. Füller? Füller? Ja. Was willst du denn? Was für eine Farbe willst du machen? Weiß. 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 Okay. Oh, da musst du den Füller nehmen. Ja. So. Da musst du den Füller nehmen. Da musst du den Füller nehmen. Wegen Feuchtigkeit. Wegen Feuchtigkeit. Der ist ja gleich. Achso. Wegen Feuchtigkeit. Weil dann soll er ins Bad. Und der... So, ja. Dann können wir dann natürlich noch mal Lack aufmachen. Und Martin geht gerne duschen und dann... Du nicht? Ich bade lieber gerne. Find's doch nicht. So eine... So eine Bade-Pussy. Ist man schneller fertig? Ja, ist gut was. Du bist guter. Du bist guter. Du bist guter. Du bist guter. Aber Zeit für andere Sachen. Ja. Urlaken-Essen. Hm. Noch heute. Ostersonntag. Die Königsdisziplin. Ist das ein Osteressen? Eigentlich nicht, oder? Für mich ist immer das... Ist egal. Übrigens war ich noch beim Zahn. damals gewesen. Habe ich dir noch gar nicht erzählt? Doch. Habe ich dir erzählt? Du hast keine Spritze, die du an diesem Mal brauchst. Keine Spritze? Warum eigentlich nicht? Na, die hat bloß eine Zahnreinigung gemacht. Na, das ist klar. Dann braucht man keine Spritze. Na ja, du hast gut hochwehe. Oh Gott. Ernsthaft? Na klar. Aber weißt du, was ich gesagt hab? 95 Mücken! Echt? Ey. Ich fahr nicht mehr zum Zahn. Ich schlore zum Feuer jetzt. Aber bei der zweiten, du musst ja alles halbe Jahr machen. Dann kostest es bloß noch die Hälfte. Ich muss ja eben noch so einen Termin. Du musst ja noch mal hin. Also bei meinem ist das so? Ich bezahl ja nichts mehr. Das ist so eine Abzocke. Dann willst du ja saubere Zähne haben? Na ja, nee. Dann will die Pfeffis gerade raus sein, wo ich mich gebiss. Da musst du noch ein paar Schränke bauen hier. Ja. Ein paar Thun am besten. Kindersage. Was soll denn das? Das ist so Arsch. So. So. Heute mal. Wir machen jetzt nichts mehr. Wir fahren jetzt nach Hause, weil es ist Mittag. Ich muss pünktlich sein, sonst krieg ich nicht zu essen. Und meine... Nee, warte mal. Okay, das hab ich ja gar nicht. Ähm. Was? Das ist falsch. Wieder völlig falsch. Was? Ähm. Und die Bank. Ja. Was mit der? Abgeschliffen. Jetzt muss ich noch ein bisschen... Erstmal Rostschutz holen nochmal. Dann will ich sie schwarz sprühen. Ey, sprühen. Tue ich nicht malen. Haben Sie nicht Rostschutz da? Nee, haben wir nicht da noch. Also ich hab's auch zum Sprühen. Also ich hab's auch zum Sprühen. Ja? Rostschutz auch? Oh. Wer wird? Rotbraun oder willst du denn? Na, du gehst ja nicht arbeiten. Jetzt kann ich auch stillen. Kann ich dich auch liefern lassen. Das dauert ja wieder fünf Jahre. Nee, von Cottbus. Wann fährt... Wie bist du überhaupt nächste Woche da? Der hat nämlich schon wieder Urlaub. Montag kommt er wieder. Der fährt nämlich jetzt hochmarkt. Zur Kugel. Zur Kugel. Ich muss Mittwoch zur Kugel. Nee, zur Kugel. Ich muss Mittwoch wieder in die Kugel. Nee. Ähm. Dienstag Mittwoch... Donnerstag hätt ich. E-Tag nur! Donnerstag... Freitag. Was machst du denn du die ganzen Tage? Sachen? Wie hast du genug gekauft? Was? Was soll ich denn kuchen? Ne Mondos! Die brauche ich nicht. So. Ihr habt ja vorhin gesehen, wo wir es aufgemacht haben. Und ich glaube das war um... Das ist immer noch die Uhr! Das reicht doch jetzt! Ich versaube ich mir den Geschmack für die Rouladen! Gut, Martin, dann... Gut, Zino! Ey, sehen wir uns halt jetzt am Donnerstag wieder? Oder morgen? Wenn du wieder kommst? Ne... Wann... Anrichtung. Und dann kommst du am Sonntag wieder? Was machst du denn da? Dienstag, Mittwoch. Ich verstehe ja. Das brauchst du auch gar nicht hier. Ich muss doch fragen, wo du bist. Weil wir uns wiedersehen. Und ich verstehe nicht, warum du vier Tage weg bist. Du kannst doch alleine ein Video machen. Du schraubst die Dinge an. Nein, ich schraub dich nicht an. Du musst ja mal die Banken haben. Was machst du denn? Na komm, siehste, bestellen. Hast du... Wo soll ich denn das her holen? Na das Zeug, wenn du es bestellst, das kommt erst Donnerstag oder was? Wieso? Die Farbe. Dienstag bestellen? Montag ist ja Feiertag. Na ja, habt ihr das nie gemacht? Nein, hast du es Mittwoch. Ist das in der Fiale? Es ist auch in der Fiale, dann kannst du auch holen gehen. Dann kann ich dann Mittwoch... Nee. Dienstag. Dienstag muss ich eh in Cottbus arbeiten. Äh, was hab ich gesagt. Ach, schade. Na gut. Muss ich eh arbeiten. Im... Ja. Im Tor. Ist doch völlig egal. So, wir sind jetzt auch bei... Ähm... Darf ich mal noch machen? Mit der Werbung? Bei was? Äh, wir sind jetzt auch bei... Wie hieß das? Was hab ich dir geschrieben? Hä? Na hier, die Ene Plattform. TikTok? Da sind wir auch und dann hier bei... Instagram? Instagram sind wir auch. Instagram, ist das richtig so gesagt? Ja, ja. Instagram. Ich bin ein Engbänder. Ja. Aber wir brauchen noch ein cooles Logo. Ja. Das sieht alles noch so... Toll aus. Ja, wir sind ja... Ey, der Akku ist voll geladen. Ich soll ja was machen, ne? Ja. Wo hast du Zeit jetzt? Ja. Kannst du dich doch mit, äh... einsetzen? Mit Berlin? Die soll mal Roulade kommen. Kann ich nur mal essen? Kann sie bestimmt auch. Na, aber nicht so wie immer. Glaub ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist jahrelange Übung ist das. Die Königsdisziplin. So, gut, Martin. Dann, äh... Sehen wir uns ja leider erst am Donnerstag. Weil du ja keine Zeit für mich hast. Hm. Aber lass mal, ich bin auch erst. Ich muss ja Dienstag arbeiten. Ich muss ja auch arbeiten. Ich muss ja auch arbeiten. Dann, äh... Mittwoch. Und Mittwoch bin ich Uhr arbeiten. Komm ich... Ist auch erst. Donnerstag. Ja, in... Aber im Gegensatz zu mir... Äh, zu... Ach... Was? Na ja, ist gut. Was? Nicht nippen. Was? Nicht nippen. Dann, äh... Ja. Heute hast du einen Spruch? Nee, okay. Ist das Video 12 schon jetzt? Das 12. Video schon? Hm. 11 ist das jetzt. Vlog. Vlog 11. Aber das 13. Video, glaub ich schon. Was wir haben. Hm? Na gut. Ja. Gut. Hat keinen Spruch? Nee, ja. Hat keinen Spruch heute. Aber... Bei Ostern mit Eier. Spannend Weihnachten. Die Beschädigung. Ah. Hä? Nee, gut. Okay. Au! Das ist aber gefährlich bei mir heute. Oh! Schöne Ostern! Jo! Ciao!